Musik 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 Ich bin damals mit 15 aus meiner Heimatstadt Leipzig hierher gezogen aufs Internat und habe quasi diese prägende Zeit hier, die Jugend, meine Jugend hier verbracht in Berlin. Kleines Heimkehrer. Nach drei Zwischenstationen ging es für den 27-Jährigen wieder zurück nach Berlin. Letztes Jahr holte er mit den BR-Volleys die Deutsche Meisterschaft. Stammspieler ist der Mittelblock zwar nicht, fürs Team ist er trotzdem unersetzlich. Also ich denke, meine Stärken sind halt das Zwischenmenschliche im Team, dass ich mit den Menschen, mit meinen Mitspielern immer sehr gut zurechtkomme. Und das mit dem Volleyballspielen hat er ja auch noch drauf. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.